Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olive Town und ihr könnt es oben rechts schon sehen, es ist soweit. Patch 1.0. Ja, und wir werden jetzt mal dem Ganzen ein bisschen auf den Zahn fühlen und schauen, wie ist es jetzt mit den Fertigern? Wie ist es jetzt mit den Performance Problemen? Wie ist es jetzt mit dem, ich wechsle ein Gebiet und muss jedes Mal A drücken? Oder ich verlasse einen Raum und muss jedes Mal A drücken? Also, das und alles mehr werdet ihr in dieser Folge erfahren. Du kannst einen Seitschritt ausführen, indem du die L oder R-Taste beim Bewegen gedrückt hältst. Du kannst jetzt zur Terrakotta-Oase reisen. Nimm einfach das Boot neben deinem Haus und begib dich zu neuen Ufern. Das klingt so falsch. So, also. Seht ihr das? So kann man einen Seitschritt ausführen. Zack, zack. Sieht interessant aus. So. Also. Wir können jetzt mehrere Sachen gleichzeitig herstellen. Übrigens, Raina ist meine Frau, ne? Falls ihr das nicht vergessen habt. Das, was ich erstmal morgens mache, ist mal nicht mit ihr reden. So, wir dürfen jetzt ernten. Und das werden wir jetzt auch erstmal machen. Denn wer freut sich nicht gerne, Lauch zu ernten? Riesenlauch. Das ist doch schön. So. Lauch, Lauch, Lauch. Ich kriege hier überall nur Lauch. Ich habe nur einen Riesenlauch rausbekommen. Ernsthaft? Och, Mann. Aber egal. Hauptsache Lauch. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal hier alles auf 10 habe. So für mich selber. Oh, die Erdbeeren sind auch schon im Fertiger fertig. Wunderbar. Die darf ich noch nicht einsammeln. Da auch noch nicht, da auch noch nicht. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, als allererstes, jetzt möchte ich natürlich das auch mal testen. Werden wir jetzt hier unseren Urikalkus einsammeln, den wir haben. Also unsere ganzen Erze. Und nehmen die mal mit. Äh, den Urikalkus bringen wir erstmal zum Großen. Da macht es ja jetzt erstmal am meisten. Oh, sogar wieder neue Kartoffeln. Oh, wunderbar. So, da packen wir jetzt einen, den Urikalkus. Oh, nur zwei Stück. Okay, aber er rechnet die Zeit nicht hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob er nach 10 Stunden dann. 6 Stück hat oder wie viele, das kann ich jetzt nicht sagen. So, nehmen wir noch den Brokkoli mit, den 10er. Aber, wir haben schon mal was gesehen. Zwei Stück konnten wir schon mal verarbeiten. Oh, guck mal, ich darf das mal. Oh, 10er Kartoffeln. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, 10er Sternchenkartoffeln. Es wird ja immer besser. Da muss man sich jetzt echt entscheiden, was will man jetzt genau anpflanzen. Aber, okay. Ich muss sagen, performance-technisch merke ich jetzt gerade gar keine großen Lacks oder sowas. So, wenn ich da... Das sind 23 Stunden. Nee, komm. Hier gehe ich erstmal auf Nummer sicher, weil ich weiß jetzt nicht, ob er da genauso viele herstellt, wie ich haben möchte. Fakt ist aber, das werde ich definitiv machen, hier diese 6 Kartoffeln herstellen, jeweils. So. Diamant einsammeln, das einsammeln, das einsammeln. So, dann haben wir jetzt hier in den Fertiger. Packen wir jetzt rein. Gold. 10 Stück maximal. Und das ist wirklich schon... Egal, was ihr sagen wollt, aber das ist... Ja, doof, doof ausgedrückt Gold wert. Muss ich das nur mal ganz kurz nach unten schieben, ansonsten wird es ein bisschen eng. Wie gesagt, ich weiß jetzt nur nicht, ob er 60 Stunden braucht, oder ob es jetzt nach 6 Stunden dann auch fertig ist. Fakt ist so, können wir richtig schön und schnell alles verarbeiten. Aber wir brauchen natürlich auch noch ein Beispiel, was jetzt hier mit dem ist. Das dauert nur 2 Stunden. So, da haben wir jetzt ein paar Beispiele hier. Honig sammeln wir auch ein. Und, äh... Jetzt müssen wir hier noch was wegbringen. Ne, da habe ich. Anpflanzen wird jetzt ein bisschen... Ich glaube, jetzt mal herausfordernder. Weil ich nämlich nicht so viel Platz habe. Oh, 10er Kartoffeln hätten wir sogar noch gehabt. Okay. 10er Brokkoli. Überlegen, wie viel will ich nehmen. Aufteilen. 8 Stück, dann habe ich 16 Stück. Sollte eigentlich gehen. Ist hier zwar nicht so viel, aber egal. Lauch habe ich gesichert. Kartoffeln sind auch safe. Einiges, was wir hier haben, ey. Aber ich kann wieder meine Erdbeeren anpflanzen. Das ist doch schon mal was. Das ist schon mal wichtig. So, äh, ich kann wieder die... So, äh, ich kann wieder die... Sourcen hier wieder zurückbringen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Warte, habe ich jetzt beim Rausgehen aus dem Haus... ...ein QR gedrückt, oder... ...habe ich das einfach nur vergessen oder komplett verdrängt? Ich weiß es jetzt ganz ehrlich gesagt nicht. So, verkaufen. Oh, 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 oh. Guck dir mal diese Summe an. Dagegen sind die Kartoffeln ein Witz. Ja, so kann ich dann schnell an Geld kommen, würde ich mal sagen. So, dann gehen wir ganz kurz die Erdbeeren einpflanzen. Wir reisen zum Blütenwittgarten. So, holen wir uns die Erdbeeren raus. Kann ich jetzt hier schön pflanzen. Und wenn die dann wieder fertig sind, dann haben wir auch wieder... ...schönen Nachschub. Ich frage mich, ob ich hier auch fertiger hinstellen könnte. Ist eigentlich eine gute Frage, oder? Wartet mal. Habe ich irgendwas, was ich jetzt bauen dürfte? Ich stelle jetzt hier ein Stück her. Ich muss mir eh eine Kiste bauen, von dem her, komm. Dann schauen wir doch einfach, ob ich die Kiste hier platzieren darf. Ich darf die hier sogar platzieren. Ja, moin. Das heißt, da könnte ich dann die Erdbeeren und sowas reinpacken. Und hier dann Fertiger hinstellen. Und das ist natürlich dann praktisch. Dann kann ich rein theoretisch meine ganzen Fertiger auslagern. Dann müsste ich nicht immer das alles so, ich sag jetzt mal, hässlich da stehen haben. Dann schaue ich mal ganz kurz, was ich für einen Fertiger brauche. Ich bin ein Samenfertiger, der müsste weiter unten sein. Äh... Wo ist der da? Gold. Holzkohle. Kohle aus Qualitätsholz. Und biegsames Holz. Okay, biegsames Holz, das kriegen wir hin. Und für Holzkohle brauche ich... hartes Holz. Sollte ich haben. Wartet mal. Also erst mal Gold. hat er gesagt. So, dann brauchen wir... Uh, biegsames Holz habe ich gar nicht so viel. Ah, haha, aber kann ich jetzt reinmachen. Biegsames Holz und dann brauchen wir hartes Holz. Und dann kann ich mir ein paar Fertiger herstellen, ne? Also erst mal muss ich ja hier ein paar herstellen, so. Ich brauche zehn Stück jeweils, ähm... Also vier Fertiger wollte ich mir schon gerne herstellen. So. Ich darf mir jeweils immer nur einen herstellen, man. Ist das nicht geil? Das ist doch einfach genial. Genial, würde ich sagen. Das ist genial. So. Dann reisen wir wieder rüber zum Blütenwindgarten. Blütenwind... Ne, Blütenwindgarten. Blütenwindgarten, so. Und dann kann ich jetzt hier schön meine... hier Fertiger hinstellen. Ich muss nur gerade mal gucken, wie ich sie am besten platziere. Eins... Zwei... 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 Und... Vier. So. Ist natürlich jetzt schwachsinnig, dass ich die da, äh... hingestellt habe, obwohl ich gerade keine Erdbeeren habe. Aber ich kann da jetzt hingehen und kann sagen, okay, gut. Ich weiß jetzt, es wird ein paar Tage dauern, bis das da alles fertig gewachsen ist. Also... hole ich mir jetzt... hier ein paar Sachen raus, die ich da reinpacken kann und lasse sie einfach verarbeiten. Klar, die werden jetzt nicht bis zur nächsten Ernte fertig, aber egal. Das ist es trotz alledem wert. Blütenwindgarten, genau. Da will ich hin. So, dann kann ich jetzt sagen, pass auf, hier, ich möchte hier alles an... Brokkoli rein. Achtmal. Hier möchte ich jetzt alles an Kartoffeln rein. 48 Kartoffelsamen bekomme ich daraus, Leute. 48, ne? Alle Zwiebeln. Und... den gesamten Riesenlauch. Dann könnte ich jeden Tag herkommen und könnte mir hier meine ganzen Sachen abholen. Und das muss ich dann halt später für die ganzen Frühlingssachen machen, ne? Das ist jetzt ein bisschen natürlich doof geplant jetzt von mir, was ich da gemacht habe, aber schlussendlich ist es ja egal. Hauptsache, es wird verarbeitet. Meine Tasche ist hier leer, die andere Tasche ist dann auch leer. Perfekt, passen wir mal mehr, oder? So, erstmal hier rüber. Jetzt hier das Big Summer Holz wieder hier hin. Und das da kann sogar komplett wieder rüber. Das will ich ja zum Verarbeiten geben. Reifenmodus, zack, und fertig. So, jetzt kann ich auch die kann ich auch zum Verarbeiten geben, damit ich jeden Tag immer schön frisches Geld bekomme. Das ist jetzt nur erstmal, das darf man jetzt auch nicht vergessen, das ist jetzt erstmal der Start, ne? Zack, zehn herstellen. Zack, zehn herstellen, und hier nochmal zehn herstellen. Nein. Nein. So, ja. Nein geben. Ah, cool. Also, die arbeiten die ganze Zeit weiter, ihr könnt es dann einsammeln und, äh, okay. Das ist also wie gesagt eine nette kleine Beigabe, die es hier gibt. Ähm. Ich wollte ja gar nichts verkaufen, ich wollte das weglagern wieder. So. Rüber, rüber, rüber. jetzt noch schnell Holz wegbringen. Ich weiß es, ich habe mich noch nicht um meine Tiere gekümmert, weil nur gerade Pox brauche ich jetzt ganz viel Liebe, nachdem er ja trächtig ist, ne? Ist da trächtiger Pox? und ich muss dann nicht jedes Mal hinlaufen und gucken, sondern kann dann zum Schluss einfach alles gesammelt einsammeln. Und hier kann ich auch schon fertig abbauen. Ich kann jetzt hier vier fertig abbauen. Und die kann ich ja ganz einfach verkaufen. Und die Gegend sieht schon viel schöner aus. Ich finde das mega. Ich finde das sowas von mega. Das ist so ein Mehrwert. Und die Tiere sind glücklich. So. Wunderbar. Haben wir jetzt alle Tiere erstmal verarbeitet. Halt! Das Häschen wollte noch was. Jawoll. So, dann kann ich jetzt auch hier sagen, ich möchte zum Beispiel mehr Käse haben. Ich mache sich Käse raus. Oh, ich bin so begeistert über diese Funktion. Ja, ich meine, ich kann hier so viel abbauen. Oh. Das ist so schön. Ich kriege so viel Platz hier auf der Farm. Ich kann so viel mehr anbauen. Ich kann so viel mehr verarbeiten. Hier Eiermaschine. Ja gut, bei Eiermaschine. Hm, ja. Aber als Beispiel hier auch hier einer einer definitiv zu viel, ne? Sag, weg damit. Ihr bleibt. Ihr bleibt. So. Verkaufen, verkaufen. ganzen Fertiger. Weg, weg, weg. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Habe ich nicht. Klar, die geben jetzt nicht so viel Geld, aber egal. Sie sind weg. Sie sind aus den Augen, aus dem Sinn. Achso, Honig. Ja, zack. Honig. Tasche leer. Fertig. Warum so schwer? Einfach weg. Weg sind sie. I'm so happy. Okay, ich kann das ganze Gras jetzt hier mal verarbeiten da oben an der Stelle. Mein Inventar, alles wird komplett aufgeräumt. Der Lehrer. Nee, das wollte ich. Ja. Das ist so schön. Und ich habe mich immer nicht darum gekümmert, neues Material zu kaufen, was sich aber auch nicht mehr lohnt, leider. Denn wir gehen schon bald wieder in den Frühling rüber. Gut, in sechs Tagen. Also ich könnte ja doch noch irgendwas pflanzen. Und dann fahren wir mal rüber. Und ich musste kein A drücken, kein gar nichts. Es ging automatisch. Ich bin gerade sowas von geflasht. Bin ich ganz ehrlich, ich bin gerade sowas von geflasht. Hammer. Und sie hat natürlich heute zu, wenn ich Materialien brauche. Denn heute ist Dienstag. Dienstag ist ja ein schöner Tag, habe ich gehört. Ah ja, der Bürgermeister wollte ja auch noch was haben. 20 Premium-Futter, Haustier-Leckerli oder eine Wolle plus. Wow. Okay. Na, da bekomme ich schon mal 20 Premium. Nicht gerade viel. Naja. So viel Premium-Futter. Das ist schon nicht wenig. Ja, aber ihr arbeitet doch noch, oder? Nehmen. Nehmen. Muss ich jedes Mal jetzt hingehen und einen wegnehmen, oder was? Ich hoffe doch nicht. Dann fände ich das jetzt wieder doof. Ich dachte, das wäre so eine Dauerverarbeitung. Also, ich verarbeite es dauerhaft, ich muss nicht reinpacken, aber ich muss trotzdem jedes Mal hinlaufen und das rausnehmen. Ne, ne? Ja, das wäre ja mehr als ärgerlich. Dann wäre das ja gar nicht wirklich mehr wert. Also, klar, ich muss da nicht immer wieder alles mit mir mitschleppen und kann einfach nur alles reinpacken, aber Mann. Na, komm. Ich glaube, wirklich muss ich erst mal hinrennen. Okay, das ist dann doch nicht wirklich viel besser. Oh Mann. Wie sieht es denn hier aus, Premium-Futter-technisch? Äh, ja. Brauche ich schon wieder Futter? Brauche ich schon wieder Futter für die Tiere? Hier war das Wenn. Scheinbar brauche ich wieder Futter für die Tiere. Oh, sie ist jetzt auch hochgestockt auf 99. Dann macht das Silo ja gar keinen Sinn mehr. Und das jetzt hier auf 99 hochgestockt ist. Ist das hier komplett für mich unsinnig. Also außer, dass es halt da optisch immer noch schön hinpasst, aber trotzdem. Hm. Ja gut, die Zeit läuft im Hintergrund weiter, aber die Frage ist halt, wie weit läuft die Zeit weiter? Ich denke, über Nacht werde ich es dann feststellen. Das ist dann eher das Interessantere. weil jetzt so, also aktuell würde ich sagen, naja, nicht nur wirklich das Gelbe vom Ei. Aber wie gesagt, es kann auch anders kommen, es kann auch anders kommen. deswegen bin ich da erstmal noch vorsichtig mit meiner finalen Aussage zu diesen Fertiger-Problemen. Gut. Äh, jetzt haben wir schon Nachmittag und ich habe mir die Insel noch gar nicht angeguckt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns dann gegebenenfalls im nächsten Part die Insel an. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Wollte ich gerade schon sagen, aber nein, noch nicht ganz. Ich habe was ganz Wichtiges noch vergessen. Mal davon abgesehen, wo ist Rainer. Ihr wisst ja, wie lange das Essenkochen immer gedauert hat und jetzt solltet ihr mal darauf achten, wie lange es jetzt dauert. Äh, wo haben sie es hingetan? Egal, machen wir einen Gemüsesalat mit dem Besten vom Besten vom Besten. Automatische Auswahl, höchste Qualität zuerst 15 Minuten. Na, wird das 10 Sterne? Wird das 10 Sterne oder nur 9? 10 Sterne Gemüsesalat. Aber nur 15 Minuten gebraucht. Ah ne, die muss ja arbeiten, ne? Stimmt, ja, sie muss ja arbeiten. Ich wollte mich nicht hinsetzen, danke. Nope, das war es nicht. Hinweise Haustiere. Ah, da ist die Freundschaft. Oh. Oh. Ähm, wo ist es denn? Ich habe mich viel zu wenig um sie gekümmert. Flitzinchen! Flitzinchen, wo bist du? Flitzinchen! So. Ich habe es ein bisschen Liebe bekommen. Freu dich. Auf den Keks. Ah ne, hast du ja schon bekommen. Leckerli. Dann würde ich sagen, jetzt aber. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Baus, das ist ein großes Bett. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. Und ich bin euer Tro, Tschö, tschö. 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 Vielen Dank.